Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Ich bin der Bitt und wie immer herzliche Grüße aus Paraguay. Also wie immer, vielen, vielen Dank an euch wieder für die neuen Fragen. Und vor allem also die meisten Fragen oder auch sehr viele Fragen gab es wieder über Autos. Aber im Prinzip über Autokennzeichen. Und darüber reden wir heute, okay? Mach's gut. Also ab dem 01.07.2019 kommen neue Autokennzeichen, also Kfz-Kennzeichen in Paraguay. Nicht nur in Paraguay, sondern im ganzen Mercosur. Wer gehört zu Mercosur? Fangen wir mit Paraguay, Brasil, Argentinien, Uruguay und ganz im Norden Venezuela. Wende Venezuela. Ja! Also die neuen Kennzeichen gelten, wie gesagt, ab heute. Die alten bleiben dran. Das heißt also, diejenigen, die ihre Autos ab dem 01.07.2019 kaufen, müssen neue Kennzeichen haben. Die zeige ich Ihnen im Hintergrund, beziehungsweise sehen Sie die neuen Kennzeichen gleich. Und die sehen also ziemlich ähnlich aus. Das heißt also, im Prinzip ist so ähnlich gemacht worden, wie bei der Europäischen Union. Das heißt also, im Mercosur sind zwar wenige Staaten beteiligt, aber die Autokennzeichen, Kfz-Kennzeichen, sehen genauso aus im Prinzip. Mit diesem kleinen Unterschied, dass es oben praktisch den jeweiligen Stadt gibt und es gibt natürlich auch die Pfanne, beziehungsweise die Flagge. Sonst sehen die Kennzeichen genau so aus. Natürlich vier Motors, quadratisch und vier Autos praktisch längs gezogen. Was dazu zu sagen ist, also diejenigen, die ältere Wagen haben, müssen natürlich nicht die neuen Kennzeichen beantragen, beziehungsweise die alten austauschen. Also das nicht. Also bitte keine Panik, drei Kilo, keine Probleme. Das heißt also, die alten Kennzeichen bleiben auf jeden Fall gültig. Was noch zu sagen ist, sind natürlich die Kosten, also soweit ich informiert bin, liegen die Kosten ungefähr bei 60 oder knappen 60 Euro pro Kfz-Kennzeichen. Was wichtig ist, die Kennzeichen bleiben, so wie früher, am Auto dran. Das heißt, ihr kauft den Neuwagen, bekommt neue Kennzeichen, zahlt ihr ungefähr die 60 Euro obendrauf. Das ist schon ein Fahrzeugschein dabei und die Dokumente, die notwendig sind. Und falls sie ihren Wagen später verkauft, bleiben die Kennzeichen dran. Das ist wichtig. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die neue Regelung erklären. Wie immer unten in der Beschreibung sämtliche Fragen, was diese Sachen angeht, dann bitte schreiben. Ich gebe euch unten auch die entsprechenden Links zu den entsprechenden Zeitungen beziehungsweise Zeitschriften, natürlich Paraguayische. Also bitte alles auf Spanisch und übersetzen müsst ihr schon alleine. Aber wie gesagt, damit nicht irgendwelche wieder Geschichten entstehen, ja ist es so, ist es so, ist es so. Man sollte sich natürlich auf die Fakten, wie immer, beziehen. Okay. Noch eine kleine Ergänzung dazu. Also es bleibt wie immer, wenn man natürlich die Autos verkauft, dann bleiben auch die Kennzeichen dran. Es bleibt natürlich auch, die zweite Sache, das heißt, also jeder Kauf, also Autokauf in dem Fall, sollte man, oder muss man, besser gesagt, notariell begläubigen, beziehungsweise beim Notar abschließen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich vorher, wie immer, die Dokumente prüfen lassen. Es gibt zwar immer weniger, dass die Leute keine gültigen Dokumente haben, aber passieren solche Sachen. Deshalb ist es immer wichtig, aus den richtigen, sage ich mal, oder von den richtigen Leuten, die Autos, ihre Wagen, ob es Neuwagen oder Gebrauchtwagen gibt, zu kaufen, damit man natürlich nachher keine Probleme hat. Okay. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und auch die Fragen beantworten. Deshalb, falls ihr natürlich die Fragen habt, bezüglich den neuen Kennzeichen, bitte immer um die Kommentare, falls ihr wieder den Kanal nicht abonniert habt, schnell abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und wie gesagt, falls ihr neue Fragen habt, bitte gerne unten natürlich konkrete Fragen am besten stellen. Alles Gute, nochmal vielen Dank und liebe Grüße an euch. Wie immer links die empfehlenswerten Videos aus unserem Kanal. Und nochmal Danke an eure Beteiligung. Ja, mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.